Vorbereitung für das Wildblumenfestival im Seegut Blaue Blume laufen, 15. bis 20. Juli. Hier habe ich schon wieder einen interessanten Workshopleiter. Leon, du machst Agro-Yoga. Was darf man sich denn darunter vorstellen? Also es hat nichts mit Agro zu tun, sondern es ist Akrobatik-Yoga. Man hat halt akrobatische Figuren zu zweit. Wir zeigen es einfach jetzt kurz gleich mal. Und zum Zweiten mache ich noch einen schönen Vortrag, Flow-Vortrag über Slow-Sex oder Soul-Sex. Wie kann man Sexualität erfüllend machen, anstatt nur befriedigend? Das heißt, wenn man da einen Sex hat, ist es besser als so das Übliche, was man hat, oder? Also ich möchte eigentlich fast schon versprechen, dass danach der Sex auf jeden Fall besser wird, weil ich Werkzeuge mitgebe, ganz konkret, was man machen kann, damit der Sex erfüllend wird. Hier, im Herzen, ankommt. Ja, das klingt sehr spannend. Das könnt ihr alles erleben beim Wildblumenfestival im Seegut Blaublume, 15. bis 20. Juni. Bis bald. Ciao.